Nicht jetzt! Ich habe gerade keine Zeit! Ach, was denn? Hallo? Bist du ein Fan von Yoastan30? Ja! Bist du ein Österreicher? Ja, ich bin Österreicher! Dann brauchst du ein Franzl-Merch! Franzl-Merch? Yoastan30.shop! 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 Jetzt Spaß mit los! Yoastan30.shop für das haftigen Franzl-Merch! Nämlich habe ich hier relativ viele Sachen. Zum einen habe ich hier ein richtig cooles Federmäppchen. Wie gesagt, Yoastan30.shop, wenn ihr das haben wollt, wenn ihr in die Schule geht. Dann habe ich noch hier einen Turmbeutel mit dem saftigen Franzl-Design oben. Wie gesagt, wenn ihr in die Schule geht, einfach Yoastan30.shop besuchen. Dann habe ich noch ein gutes altes Handy-Tasche, wo ihr euer Handy hier reingeben könnt. Jetzt habe ich hier mein Handy. Jetzt gebe ich das mal hier rein. So. Könnt ihr einfach ganz easy euer Handy reingeben. So. Dann kann man euer Handy reingeben. So. Und dann ist euer Handy drinnen. Mit der Tasche hier kann man einfach das Handy überall mit hinnehmen. Und ja, dann könnt ihr hier auf schöne Abenteuer gehen mit eurem Handy. Und ja, dann würde ich jetzt sagen, jetzt geht es los mit dem Video. So, Lalo! Ich bin ein Minecraft-Wolf mit meinen Kameraden, mit der Easy, mit dem Tops, mit dem Flo hier. Jo, mei. So. Au! Tops. Ist wieder im Dings drin. Hallo. Lass dich los. Yes. Was bin ich? Ich bin er Schauf. Heute bin ich... Okay, Tops. Sag jetzt was für ein Text da steht. Bei mir sind die ganzen Blöcke verpackt. Ah, bei mir sind die ganzen Blöcke verpackt. Du bist ein schachhafter auf deine Freunde. Ein Wolf laut in der Nähe. Hä? Ich kann nicht lesen. Flo. Flo ist geläftet. Wieso ist Flo raus? Weil die Map bugt. Ah, achso. Ich sehe es auch gerade, ja. Achso. Ich sehe es auch gerade. Ich sehe überall Creeper. Creeper. Oh, man. Ha, Creeper. Also bei mir sind auch überall Creeper. Egal, Leute. Das ist egal. Und du musst nur rechirnen? Ja. Okay. Ich glaube ich rechirne kurz. Oh, ich bin jetzt gerade hier rechoinen und der Tops stinkt. So. Nämlich wollte ich heute sagen. Tops, du hast jetzt deine 100.000 Abonnenten. Wann isst du den Ziegelstein? Ah, ja stimmt. Den Ziegelstein. Ha, ja. Das ist doch schon mal Vorbereitung. Weil, äh. Ja, 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 ja. Ja, du kannst doch sagen, was du willst. Hast du schon Thanos Termin? Ja, genau. Thanos Termin. Ne, Thanos Termin. Thanos Termin. Thanos Termin. Was hast du? Was? Ja, Real-Life Videos sind schwieriger aufzusetzen als äh. Hast du das Ding zum Handy? Ich habe gerade voll die geile Idee gehabt. Lass uns einfach irgendwann mal in Real-Life treffen und lass'n echt Wolf spielen. Ja. Lässig geschehen. Alle, wie geil wäre das? Das war doch. Ey, das wäre Weltpremiere. Das wäre wirklich geil, gell? Ja, genau. Lass uns mal so ein Paintball-Dings mieten und lass'n einfach Legit-Ball-Dings spielen. Ja, dann würde ich einfach sagen, Stops Insta-Wolf ist ein Wahle nur. Hä? Easy. Easy sei auf die Ass und Dings da drauf gesteckt. Oh nein. Wie fliegt los? Ja. Lass' schnell neu starten. Der einzige Block, glaub' ich. Ja, aber ein Tops. Aber Flo, wie cool wäre es einfach, wenn man hier Paintball spielt? Ich weiß, ich hab da schon mal Paintball gespielt oder so? Aber die Frage ist, spielen wir in Deutschland, Österreich oder in Russland? Äh, ich würde sagen, in Russland, da sind die Patronen an, da sind ein bisschen härter und aus Eis. Ja, keine Ahnung. Aber ich sehe, ich sehe in Russland irgendwie auch im Sommer. Hey, Gott, ey. Wie ging das hier an? Gut gemacht. Naastrovie. Naastrovie. Ich kann's selber nicht auswendig. Ich brauchte ne kurze Pause von euch. Achso, okay, danke. Alright. Ja, ne, ne, das ist in Ordnung. Ja, das kenne ich. Das brauch ich auch jetzt mal, wenn ich mit Tops aufnehme. Ja. Ja, okay. Wie gesagt, Tops, was machst du jetzt mit dem, wann ist so ein Ziegelstein hier? Ja, das kommt demnächst. Ja, ja, ja. Ey, YouTube müsste ja echt so ein Ziegelstein-Playbutton zusenden. Du kannst doch ein Ziegelstein kuchen machen, Tops. Das wäre doch voll cool, als Abo-Special. Packst du einfach ein Ziegelstein kuchen mit den Leuten. Was ist die Tops und Backen? Kiste? Warum ist hier ne Kiste? Kiste? Warum ist hier ne Kiste, Tops? Tops? Ja, keine Ahnung. Kannst du gut backen, hast du mal Backen, Tops? Äh, also ich kann Backpfeifen geben. Also ich kann gut backen in Minecraft. Backen? Ja, backen kann ich auch gut, aber backen? Also ich kann easy, ich kann easy backen. Nee, ich kann super backen. Nee, ich kann super backen. Easy 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 easy. Professionelle Rapperin. Rapperin? Ja. Die ist ja die allerbeste. Bäckerin? Ja. Alright. Äh, Tops, äh, in der Weihnachtsbäckerei äh, äh, gibt es manche. Ja, in Weißklingen. Da trinken so manche Tops rein. Hä? Nee. Hier gibt es manche Leckerei zwischen Mehl und Mehl. Mehl und Mehl. Mehl und Mehl. Genau. Tische Sprachfehler. Tische Sprachfehler. Tische Sprachfehler. Bam easy. Um ist hier das Ding zum... In your face easy. Ja. Alright. Hier ist Tops. Äh, ich hab Tops einfach runtergeschmissen. Jürn aus. Jürn aus. Lass mal nicht stehen. Jürn greff hier an. Jürn greff hier an. Jürn ist es. Tops ist es. Ah, Tops greff hier an. Er grefft nicht an Tops. Er glaubt irgendwie nicht. Ich kill Tops jetzt mit dem Sparakt. Ey. Ich stehe wirklich gleich. Hör auf. Ey, wo bist du du? Ja, da hinten ist Tops. Ey, wieso funktioniert das? Ich kill Tops. Tops ist automatisch der Wolf. Ein Tops auf dem Server-Joint ist er automatisch Wolf. Ey, andere kurze Frage. Was ist euer Lieblings- Was ist euer Lieblings- Weihnachtslied? Keine Ahnung. Ist eigentlich so ein random- Der Tops-Distrike. Ja, eine Disker gegen Tops. Das ist auch mein Lieblings-Weihnachtslied. Ah! Ich wär süß. Ah! 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 Guten Tag Flo. Ich bin auch mit zweieinhalb Herzen vom kompletten Dach gesprungen. Will dir jemand? Da vorne! Da vorne! Da ist ein Dings! Da ist ein Dings-Schwert. Wo soll ich reinspringen? Ah! In die Sandkiste. Da bin ich schon eingesprungen. Da kann man teleportieren. Will jemand 28 Rubies? Warte, ich kann ja noch vier Minuten. Leere immer, Wolfis. Ja, ich fühl das. Du kriegst einen coolen Bogen dafür, ja? Okay, einverstanden. Wer hat das einen Standardbogen? Ist hier die Chess? Und hier die Chess ist nämlich gut. Oh, okay, ist kein Chess. Ja, aber der Bogen ist cool, weil er von mir kommt. Und weil es auch freundlich gemeint ist. Ich kann dir auch Eis im Schwert geben. Ich hab noch eins über. Wo bist du denn, du Izzy? Ich hab schon alles. Izzy, bist du eigentlich vegetarisch oder vegan? Oh, du bist so... Erlärmig, reinpflanzlich. Tobiaanisch. Was heißt das? Das heißt, dass ich keine tierischen Sachen esse. Aber auch nicht sowas wie Eier oder was vegetarisch nicht schon essen. Kommen Eier denn von Tieren? Ja, okay. Also vegan oder so ein Zwischending? Pass auf, da ist jemand bei dir. Zwischending? Ich weiß. Hi. Oh, lol. Ist jetzt Wolf. Hä, wieso? Äh, ja. Was laberst du? Bist du selber ein Wolf? Will jemand jetzt meine Rubies oder nicht? Ich hab schon eine andere. Ja, gib mir Robies. Achso, okay. Gib mir Robine. Hier, bitte. Warte, du kannst nicht droppen. Achso. Ich klicke jetzt dafür. Hat Float sie? Ja, Float sie. Nein! Flo, für das bringe ich das jetzt auf der Iron Bar, okay? Okay. Was willst du mal machen? Wir müssen irgen... Hier ist ein Chess. Ich versteck dir irgendwo. Tops, wo bist du denn jetzt? Ich... Ich bin... Ich bin bei dem Spawn, bei dieser komischen Dingsumser gewesen, bei dem... Ja, wo bist du hin Flo? Aber... Hm, ich weiß nicht hier. Sollte ich dir sagen, wo ich bin? Mh, mh, mh... Kann man dir dann vertrauen? Mh, 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 mh... Was? Mh, weißt du nur Jön? Mh, 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 mh... Jetzt mal vor ihm live streamen. Mh, 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 mh. Mh, mh. Mh, 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 mh. nicht ich weiß nicht wieder kaputt macht okay einer von euch ist das ist ich bin ich bin kein dachdecker ist bloß ein doppeldecker okay in the balance sind nicht so mein ding so was hat jetzt wollen wir spielen mit gopros ja wirklich genau aber keine paintball ist so erst oft ganz nehmen und damit full auto oder flo aber ich glaube ich glaube ich auch jemand anderes also ich bin ich vertraue ich wenn es keine ist dann muss man die eisenschwerter da rausnehmen aus der kiste weil ich komme ich kann das nicht machen es flogen nicht was julian stelle test da und dann ist es eigentlich man ist ob es normaler bohend ob dem ersten tos ist schlecht komm her komm du bist du ein bohspammer beim spawn beim spawn und hallo oh gauh god oh gott randomizer randomizer es ist floh es ist floh Hilfe, 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 Hilfe! Ich snipe euch gerade. Julian, willst du einen Lotto-Tapper? Ja, schli, schli, schli. Geh mal. Äh, warte, ich hab halt... Ah! Ist das Flo, ist das Safe Flo. Ist das Safe Flo? Tops, Tops ist gestorben. Hä? Nein! Ah! Ist das Flo? 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 Ich bin's nicht! Ist das Flo? Ist das Safe Flo, Alter. Ja, Tops sagt das nur damit ihr ablenkt. Nein, das ist Julian. Hey, oder ist das Tops? Äh, Tops? Ah! Es Flo! Ich bin's nicht! Nein! Ah, ist das Tops? Ja! Verdammt! Juhu! Es war echt klasse, Tops. Weil Tops schli. Es war richtig knapp. Es war einmal auf zwei Herzen, ja? Warst du knapp. Ja, ich hab euch hier mal verwirrt, oder? So geistig, so... Hä? Was ist jetzt los? Ja, ich glaub du warst geistig verwirrt. Ja, Tops ist generell geistig verwirrt. Ich hab einfach am Ende der Enderperle geworfen und bin jetzt schon auf dem Dach oben. Echt? Lord. Es kam an, als es angefangen hat. Achso. Ah, okay. Easy. Ich hol jetzt die Secrets raus, ja? Sind das die Wölf Pro-Taktics oder TikTaks? Pro-Pro-Tiktoks. Die Pro-Tiktoks. Die Pro-Argumente. Uuuuh, Leute, ich hab die Kiste gefunden! Jaaaa! Oh mein Gott. Hast du ne Kiste? Eine Kiste? Oh mein Gott, Tops. Ich hab auch schon zwei Kisten gefunden. Ja, die OP-Kiste. Uh. Uh. Wen willst du denn operieren, Tops? Das ist... Das ist... Ja. Tops operiert sich selber. Und nennt das eine Operation. Oh mein. OP-Kiste. Ich wollte behaupten. OP-Kiste. So, äh, Tops, wie sieht das aus mit einem Ziegestern? Dann hab ich zwei Dia-Schwerter. Dann hab ich zwei Dia-Schwerter. Das ist Tops, das ist Tops. Das ist Tops. Ja, das ist Tops. Tops, wenn du einfach einen echten Ziegestern... Ich hab auch nen Lotto-Tepper. Tops, wenn du einfach... Wie wärs, wenn du einen Backstein nimmst? Backsteine sind ja irgendwie, ähm, besser beim Kauen, oder Tops? Willst du nicht? Nee, das ist... Die legen mir irgendwie einen Stein im Magen. Verstehst du? Du darfst nie mit Steinen im Magen schwimmen gehen. Das ist gefährlich. Ermeck dir das. Tops, das ist gefährlich. Die legen mir schwer im Magen. Was krieg ich? Ich roll rein, ich roll rein. Oh mein Gott, ich hab ein richtig geiles Geheimversteck. Wo ist ein Geheimversteck? Ein Versteckgeheim. Geh mal beim Spawn und dann hoch. Wo hoch? Easy, ich hab ein paar... Ich hab ein paar Rubine. Geh mal in die Aufruhr und dann schon rauf. Ich will Rubine. Ich brauch nur 10 Stück. Wo muss man jetzt hin, Flo? Nur 10 Stück. Aber Spawn und ihn hoch. Also wenn Flo... Oh, wo? Oh, danke Flo. Jetzt hab ich nen Stack Emeritus. Oh. Danke Flo. Eingang oben. Hier? Ja. Wolfsucher. Entweder Tops oder Julian ist der Wolf. Es ist so safe, Tops. Er Flo. Es ist safe, es ist safe. Ja, siehste Flo? Hey, da hat jemand Aragon Rüstung. Wer ist der? Aua, wer greift mich an? Er Tops hat Aragon Rüstung. Es ist so safe, Tops. Lass doch immer auf Tops gehen, Tops C. Hat er doch schon angekündigt. Ey, stimmt eigentlich. Wenn Tops töten, haben wir eine 50% Chance auf die Runde gewinnen. Eigentlich, oder 99% eigentlich. Ja. Er hat den Lotterzapper. Ah, okay, dann ist Tops, es ist Tops, es ist Tops. Und ich hab nen Hirn, das gibt mir nen Vorteil. Okay, weißt du was? Ey, Tops, lass Tops gehen, lass Tops gehen. Ich balg hier in der Wand drin. Lass Tops gehen, lass Tops gehen. Lass Tops gehen. Lass Tops gehen. Lass Tops gehen. Julian, willst du auch rauf? Ich sag dir, wie du raufkommst. In der Kiste, in der OP-Kiste. Julian, ne glaub ich nicht. Julian, nimm ne Ender Pelle. Nice, Geschenk. Ja. Koff dir Ender Pelle. Ey, das ist mein Geschenk. Und schieß her rauf. Ich geb dir die Hälfte. Und du musst sneaken. Julian, du musst sneaken, nachdem du in der Pelle geschossen hast. Ich geb dir die Hälfte nicht. Wenn, dann alles. Da rein, diese Lücke schießen. Und dann Insel sneaken. Mal aufs Herz. Du hast dich getroffen. Ich versuch's doch auch gleich. Lass mich einmal rein auf Tops gehen. Tops hat Aragon Rüstung. Er hat Heavy Duty. Nein. Nicht Heavy Duty. Duty Heavy. Nein. Und auf der Hübsch hat die Aragon Rüstung. Die Aragon Rüstung. Dings. Bordern Rüstung. Bordern Rüstung. Ähm. Die Aragon Rüstung. Aragonisch. So. Alles klar. Ich brauche noch Materialien. Er hat noch irgendeine Materialien. Irgendwelche Sachen. Du hast mir ja gerade alle geklaut. Also nein. Ich hab dir die Hälfte wenigstens gegeben. Easy. Wo bist du? Wie hast du mitgenommen? Easy. Wo bist du? Ey Leute, ich hab ein Problem. Ich hab ein Geschenk gespawnt. Man kann sich aufmachen. Und ich hab ein Feil getofft. Ich hab ein Feil getofft. Dann werde ich gleich hinterrückt erstochen. Nein. Nimm. Ein Geschenk. Ich bin kein Geschenk. Wenn du ein Geschenk willst, komm zu mir. Warte, ich nimm das hier. Ja. Wo bist du? Von Rüstung. Dankeschön. Bist du denn? Vertrau Easy jetzt ausnahmsweise mal. Ja. Kann ich nicht kaufen? Kann ich nicht kaufen? Nee. Warte, kannst du mir eine Aragon-Rüstung kaufen? Bloß geht gar nicht. Ja, wenn du mir die... Doch! Ah! Es funktioniert. Du musst reintrafen und musst nicken. Es funktioniert. Ach, deswegen geht das nicht. Hier hast du dann noch ein Stück von der Aragon-Rüstung. Ich hatte eins gefunden. Dankeschön. Lass... Lass... Schnickschnack Geschenk machen. Schnickschnack Schabernack. Äh, Geschenk Geschenk. Du musst ja auch den... Den noch etwas Neueren muss man ja auch... Ich hätte der Pärmige 2. Okay? Ja, mach was. Ja, mach was. Hast du Gold? Hast du Gold? Äh, ich hab Gold. Ich hab 64 hier. Da ist Julian! Hä? Nein, 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 nein! Ich bin's nicht! Okay, okay. Trank des Lebens. Trank des Lebens kann ich mir nicht holen. Julian hat den Trank des Lebens. Warum hab ich trank des Lebens? Ich hab gar nichts. Ich hab nicht mehr Gold. Ich hab den Case. Ich hab den ist einfach verpackt, Tops. Mh... Nein, haut einfach alle ab. Hör ab. Nee, mir kannst du wohl jetzt mittlerweile vertrauen. Nein. Ich kann es keinen vertrauen. Das ist unfair, Leute. Wieso ist das unfair? Ja. Ich hab Easy. Ich hab alle Argon-Rüstung. Ja! Ja! Ich zeige euch was, Leute. Das ist so gut für dich. Leute, ich zeige euch was. Äh, hier ist noch ein Unsichtbarkeitstrahl, aber das können wir eh nicht nehmen, oder? Leute, ich zeige euch was, Leute. Komm mal rein. Ich zeige euch ein Easter Egg. Julian, das ist eh. Wo bist du? Easy, easy, easy. Geh du vor. Wenn ich jetzt sterbe. Ich zeige euch ein Easter Egg, kommts. Hier, 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 kommt her. Aber wo bist du denn? Ja, komm, komm her. Ich zeige euch ein Easter Egg, okay? Äh, das heißt, wenn man hier reingeht, so. Ja, ist das Easter Egg, wenn man stirbt, wenn man reingeht. Ja, schau mal, siehst du die Laute unten? Was hat er da getan? Julian? Willst du hinterher springen? Nee. Soll ich springen? Er tut jetzt so, als wäre er tot, oder was? Ich weiß nicht genau, das ist ziemlich verdächtig. Was macht er denn da? Ich springe runter, okay? Ich kann eh nicht kämpfen. Du schaffst das. Ich geb dir einfach alles, was ich habe noch. Ja, einfach immer dran denken für die... Du schmeißt das grad runter. Ah, nein, meine Sachen! Hast du ja gut gemacht, Yves. Geh weg! Nein! Nein, äh... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Es ist easy! Ja, genau! Ist so! Der greift er mich einfach. Sprünge da runter, Tops! Komm, wir holen ihn jetzt! Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Nein, 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 nein. Äh... soll ich runterkommen, wirklich? Nein, nicht runterkommen. Komm vor den Eingang. Ich denke, was Gutes. Hallo, ich bin hier. Ich bin am Eingang. Okay, wir haben ein kleines Problem. Ja. Deswegen gibt es keine Sachen. Johann hat Käsefüße. Ich habe nichts. Ich geh jetzt noch drauf. Johann, wir haben beide Arakon-Rüstung. Es ist... Aber ich habe einen 1000er Ping, ich kann eh nichts machen. Was seid ihr, was seid ihr, was seid ihr? Komm, spawn. Eins gegen eins. An der Tischtennisplatte. Ich springe bestimmt gleich wieder drauf. Eins gegen eins, eins gegen eins. Wo seid ihr? Eins gegen... Hinten, am Spielplatz. Treffe uns jetzt auf dem Spielplatz. Bring alle deine Freundin mit. Ihr seid doch ganz weit weggelaufen, Tops. Wir sind nicht weggelaufen. Ich meine, Wolf. Wir sind bei dir gewesen. Wir sind aber an demselben Stimmen. Ich kann nicht mal 6-Kill-Tops machen. Dann war es das jetzt auch mit dem Video. Ich würde schnell 6-Kill-Tops machen. Ähm... Für den Fall. Hat nicht geklappt, weil ich nahe. Oh, jetzt hat es... Wenn ihr sagt, ein Like und ein Abo da für mehr. Minecraft Wolf, für mehr, dass Tops stirbt. Und Tops schon wieder gestorben, weil er schlecht ist. Ich bin still. Und er ist schon wieder gestorben, weil er schlecht ist. Und er ist schon wieder gestorben. Wie gesagt, lasst einen Like, nehmen wir da. Und aktiviert die Glocke und schreibt in den Kommentar... Äh, äh, schreibt in den Kommentar. Hashtag Tops stinkt, weil Tops auch stinkt. Und... Hashtag bin ich denn? Nein, nein, das ist ein Fake-Hashtag, Fake-Hashtag. Wie gesagt, das ist ein Like da, und tschau! Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.